Freizeit, nein Teilzeithelden haben ihn da hinterher ins Ziel geschossen. 4.18.64 die Zeit von Benni Gumbrecht, Firefighter Team Phoenix Hamburg. Mein nächster steht schon bereit auf der gelben Bahn von den Sporting Firefighters Gronau. Nein, nein. Der Start erfolgt Wilhelm Ralfs auf gelb. Und da sind sie, Pride of Southside auf Rot, Jonas Bracht. Er hat seinen Fanclub mit der Rakete dabei. Wir bitten zum Start Timo Bergmaier, Marc Horper, Markus Arendt, Thomas Rieke, Thomas Bay, Florian Backhaus, Damian Pilka. Macht euch bereit, kommt schon mal so langsam rüber zum Start hier. Ihr werdet erwartet. So, wo ist denn die Sirene hier? Die ist heute so leise. Und dann ist der Start der Parkour der Wilhelm Ralfs von den Sporting Firefighters aus Gronau. Halt, 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 halt! Wo ist jetzt hier? Jetzt muss das Ding aber träumen! Willen, komm! Jonas bracht! Auf Jonas, eine Minute, die kriegst du dahinter, komm! Hoch das Ding! Auf Jonas, hoch! Einmal richtig hoch nehmen! Jawohl, da ist sie! Auf, jetzt lauf, komm! Das kriegst du, komm! Jetzt kommt der Jonas! Weiter hier rüber! Sehr gut, Jonas! Und wir haben eine Zeit für everybody! 2,49 Euro!